Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2, wo ich jetzt versuche, na, oh, da springt schon jemand, wo ich jetzt versuche, die Quest zu machen, und da springt aber schon jemand herum, na, da versuche ich das dem nachzumachen, irgendwie. So, okay, es fängt ja schon gut an, so, upsala, nicht so feurig, komm, nicht so feurig, so, okay, ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, wohin ich springen muss. Soll ich dahinten, dann kann ich doch gar nicht springen, aber ich denke, wenn ich dahinten wäre, müsste ich dorthin springen. Hm. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Okay, so wird das nichts. Aber hier ist doch nichts. Also, ich sehe hier gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass es auf der anderen Seite war. Hm. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin irgendwo. Gibt es dafür auch eine Belohnung? Toll. Okay. Ja, Entschuldigung für die Kameraführung, aber... Okay, hier gibt es nichts. Wo bin ich denn hier nur? Das sind die Orks. Ah, eine fantastische Truhe. Ist ja super. Ein wackerer Bogen. Ein Zeichen der Macht. Und eine starke Fackel. Ist ja super. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. So, wo komme ich jetzt hier raus? Na, das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. Das tut doch weh. Was machst du da? Jubi. Also, ich versuche es. Das sind diese selbstmörderische Gestalten. Ja. Das tut doch weh. Aber ich gehöre nicht mehr zu dem, der sagt, was? Selbstmord? Das tut doch so weh. Nie wieder. Oder niemals. Selbstmord. Überhaupt. Ja, das Thema hat mir auch schon mal. Überhaupt sterben. Ich denke immer, das tut richtig weh. Und... Ja. Immer wenn solche Gespräche kommen, sage ich immer. Ich lasse ruhig alle vor mir gehen. Ich bleibe am Sledged und schließe am Ende die Tür. Macht mir nichts aus. Ist das hier auch wieder so ein Spruch? Nee, oder? Neugierig macht es mich schon. Aber ich glaube nicht, oder? Das ist diese hier, wo man... Da kommt schon. Da kann man hier außen rumgehen. Ja, genau. Da kann man hier außen rumgehen und dann sieht man das hier oben. Okay. Gut, dann ist es also nicht... Hallo, Moa. Ich möchte immer noch ein Moa als Reittier haben. Ach, der Strand ist so schön. Hi. Ja, klar doch. So, und jetzt... Ach so, das zeigt nie an, wo wir hingehen. Schade eigentlich. Könnt ihr es ruhig anzeigen? So. Na, die flirten hier. Zum Glück habe ich irgendwie in die Höhle nochmal reingeschaut, weil sonst hätte ich das wirklich diese... Verpasst. Dieser Sprung-Quest. Na, genau. Geht es auch da nach hinten weiter? Es wird langsam dunkel. Tja. Also wenn es weiter geht, weiß ich nicht, wie ich rankomme. Gut. Jetzt versuchen wir... Wow. Was ist denn das hier? Unentdeckter Aussichtspunkt. Na, dann versuche ich den jetzt auf dem Weg dorthin zu entdecken. Äh. Falsche Richtung. So. Dann versuche ich den zu entdecken und dann hätten wir einen Aussichtspunkt und einen Sprung-Quest in der Folge. Na, das wäre doch mal was. So. Ah ja. Von hier kann ich sie schon sehen. Das ist auf einer der Schiffe. Na, Mahlzeit. Ein Boot mit Sprung-Quest. Na, Mahlzeit. Upsala. Da oben ist das. Die Frage ist, wie komme ich da oben hin? Hm. Wisst ihr, was mir hier gefällt? Wein und Poesie? Äh, nein. Whisky und Kämpfe. Und ich kann Streit mit Kerlen anfangen, die keine Char sind. Wo das denn? Vielleicht sollte ich da anfangen, wo es Wein und Poesie gibt. Na, das wäre ja keine Herausforderung. Die wollen immer nur kämpfen. Okay, ich glaube, der Aussichtspunkt ist jetzt genau über mir. So, ob ich hier durchkomme? Nein. Wie soll ich denn sonst kriegen? Hm. Hm. Na, ist ja super. So. Kann ich auf die Seite? So, da oben ist der. Nur wie komme ich da nach oben hin? Ja. Das wird jetzt... Ich glaube, das wird der schwierigste Teil sein. Wie kommen die hier über mir? Gibt es irgendwo wieder eine versteckte Treppe, die ich übersehe? Okay. Das Teil hat ich übersehen. Ja, da ist es doch. Na, das ist doch super. Und viel Spaß, Leute. Schon cool. Boah, nur noch vier. In Löwenstein nur noch vier. Na, da habe ich Löwenstein doch ziemlich einiges gemacht. So. Ich versuche sofort, irgendwie was zu lauschen. Aber. Die schläft. Oder er schläft. Warum können so viele beruflichte Mörder und Briganten frei in der Stadt umlaufen? Mörder und Briganten haben die Stadt nach der Flut am Leben gehalten. Löwenstein verdankt ihnen einen Großteil seiner Wirtschaft und seines Schadens. Okay. Cool. So. Jetzt sollte man eigentlich nur wissen, was das heißt. Das ist das Istgleichzeichen. Okay. So. Und jetzt Map. Die Map. Ja, und dann heißt das eigentlich erstmal. Opsala. Nö. Ich will eigentlich hier hoch und die Seite mal untersuchen. Ja, da waren wir vorhin schon. Verließ Fraktale der Nebel. Ja. Das heißt, wir müssen da rüber. So. Opsala. Das ist schon geil hier. Schaut euch das an. Mit dem mächtigen Seepferdchen. Eigentlich, die Seepferdchen könnte man eigentlich reiten. Unter Wasser. So. Ja, hier sind die ganze Kaufleute, wo wir vorhin waren. Ne, nicht vorhin. In der letzten Folge schon. Ja. So. Natürlich für mich vorhin. Denn ich muss diese Folge äh ich muss diese zwei Folgen hintereinander aufnehmen. weil ich dann für den nächsten Tag also wo die Folge erscheint ich keine Zeit habe weil ich da weg muss und dann wenn ich komme wird es sehr sehr spät sein. Ja, und dann werde ich nicht aufnehmen können. Ja, aufnehme dann wahrscheinlich schon aber ich aber dann komme ich nicht mehr also dann mit den ganzen Rändern und so und die Folge kommt dann nicht mehr am Tag raus. Okay, Moment mal da war doch irgendwas, oder? Hier gibt es doch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Okay. Ja, also dann mit den ganzen Rändern und Sound anpassen und alles dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig dass man die Folge sehen kann. Und deshalb Hallo? Waffenschmiede? Ja, und dann nehme ich die zwei Folgen hintereinander auf und dann ist es auch erledigt. So Ich muss irgendwann sowieso demnächst ein paar Folgen hintereinander aufnehmen weil ich hatte schon mal mit Urlaub gedroht ja, und ja, vier Wochen Urlaub und dann muss ich will versuchen dass jeden Tag trotzdem Folgen da sind ja da muss ich aber ein paar Folgen hintereinander aufnehmen und dann muss ich schauen ob das wirklich 20 Minuten sein müssen oder ob das vielleicht für ein paar Tage nicht vielleicht 10 maximal 15 Minuten reicht das sehen wir dann So Zum Glück ist es jetzt nur Guild Wars und nicht mehr mit Minecraft noch zufällig sondern einfach nur Guild Wars und und dann nach dem Urlaub dann starte ich ein anderes Spiel also parallel zu Guild Wars Wow Ja, ihr seht ich bin dann immer wieder abgelenkt Geil So Da ist ein Portal oder wie? Man, ich will das jetzt Da ist ein Portal Ist ja cool oder zumindest sieht es nach dem Portal aus von diesem dieser Asura Portal Hi Ja Oh Hallo Ja Du langweilst mich auch Nehmehme kleine Bonsai Bäumchen So und wo sind wir jetzt? Okay Ein Kran Wo bin ich denn hier? Hallo? Oh Komme ich nicht weiter Ja Hallo Mach einer die Tür auf Klopf 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 Okay Es macht niemand die Tür auf Das heißt Wir sind Wahrscheinlich nicht Willkommen Und wie kommt die Gardistin dahin? So Löwentor So Und Wie ich dann zurückkomme Juppie Das frage ich mich dann später Wie kommen die dort hin? Wie kommen die dort hin? Ich kann da gar nicht So Ich komme da gar nicht hin Nein So Das hat weh getan Na Vielleicht hier Nein 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 Opsal Nein Wo geht es hier hin? Ja Aufs Meer hinaus Das weiß ich auch So Apropos Meer Wow Ist das geil Und jetzt kommt gleich ein Eifisch von dem Tiefse Skorpion Das geht aber runter Hier Ja Wir waren jetzt schon lange nicht mehr unter Wasser Und das genieße ich jetzt Anstauern auch mal Nachdem ich Naja Unfreiwillig Runtergeschmissen wurde Cool Aha Eine Barriere Seht ihr? Okay Das heißt Hier kommen wir nicht weiter Das ist ein kleiner Fehler im Spiel Ja man ist geschwommen Und geschwommen Aber schaut euch das an Schon geil Ich hoffe man sieht es Danach später auch Auf dem Computer Wenn es gerendert ist Wie geil das ist Da Oh An die Wasserpflanzen dran Wer ein Aquarium weiß Wer ein Aquarium hat Weiß es Dass die Pflanzen Ab und zu so kleine Bläschen Lassen Das ist der Sauerstoff So Und jetzt bin ich Irgendwo Im Nichts So Und schwimmen Und schwimmen Und schwimmen Da seht ihr die Achso das sind keine Portale Das sieht nur so aus So ich möchte erstmal Ein bisschen Land Unter die Füße haben Und dann mache ich Eine Aufnahmepause So Am besten da hier hin Vielleicht ist das Wieder eine Höhle Zum Wasserfall Okay So Hier mache ich dann eine Aufnahmepause Am Wasserfall Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder Danke fürs Anschauen Und ciao Und ciao Ciao Bis zum nächsten Mal